Ja dann 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 mit dir weil aber dann musst du auf Switch spielen Oh sorry das war von mir jetzt auch gerade äh ich spiel ja gerade nur weil ich mein Auto spielen möchte Scheiß spielst du mit Re-Ace wenn das Re-Ace gerade gesagt hat? Scheiß spielst du mit Re-Ace? Re-Ace ist der schlechteste Typ der Welt Wir suchen ja schlechte Spieler Nein da wird Tim von Bronze runter auf Unranked runter gerankt weil Re-Ace so scheiße ist dass man den nicht mal ein ranken kann weil er entdämpft ist er kann das Spiel nicht er weiß nicht mal wie GTA funktioniert er benutzt X zum einsteigen Junge Der Typ der ist so los wie ein Stück Scheiße Jugo mal kommt der mit GTA und die Hicke Das hat alles Gefühl Junge darauf erst mal ein Bier Xen Jugo mag du hast nur genug Bier getrunken Ich glaub das war irgendwie doch das war gebeten wer da vor dem Schlafen Ja ne so was regt mich auf Alter da könnte ich mich jetzt die ganze Stunde drüber aufregen auch wenn es sich für mich nur so anfühlt wie ne halbe Stunde aber es ist einfach so dass Re-Ace der schlechteste Spieler den ich je gesehen hab Da ist sogar Tim besser Ohne Witz Tim du bist ein SSL du hast das Zeug zu nem SSL aber Re-Ace der gehört in den Abfalleimer der gehört zu Plankton Alter der gehört in die unterste Etage von einem Sackhaar Alter der gehört und ich weiß nicht mal für den Arsch ist er gut genug Fürn beharten Arsch von nem Pelikan ist er nicht mal gut genug Der Typ der gehört in den Knast einfach nur wegen Dummheit Man sollte den... ach Junge Ne, da raste ich schon wieder unnötig aus Der Typ hat mich eh blockiert er hört mich eh nicht Ich schwöre es hier Wenn ich so scheiße hier Ich würde mich begraben Was für Eiko Eiko alle Da hat dieses Your Bestie Ding Da dieses Lied Da dieses Lied My Bestie and Your Bestie Genau und auf einmal siegt ihr das Jürgen Was für den Fall Wer Re-Ace Ja? Ja weil er ein minderwältiges Stück Scheiße ist wo irgendwo in der Kloschüssel hängen geblieben ist Wo nicht mal weiß wo sein Scheiß zu Hause ist weil die ganze Kacke sein ganzes Klo verstopft So eine ganze Heimat Digga der Typ der hat kein Leben alter Er denkt er wäre lustig weil er sagt er ist SSL Dann komm ich und sag ich bin Diamond Mark Ich bin doch nur in der Brunsche 1 Digga der Typ der ist ein Stück Klappspaten auf halbem Fuße alter Der gehört mit einer Sense Gehört dem aufm Nacken eingedroschen So lange bis der Hals durchgeschnitten ist Seine Luftröhre durchtrennt ist Und ein Bier gerext ist Tschüss Junge ich steig mir was was geht hier ab Re-Ace Schreit rum Ich hab mein Bier so ausgespuckt Weil ich lachen musste Scheiß Jetzt ist der ganze Kontrolle nach voller Bier Ja halbe Ey Tim hat mich gesprengt Tim ohne Witz Du bist ein SSL Spieler Ich hab Vertrauen in dir Bruder Du bist der Beste Du bist der Beste Zeig Re-Ace In einer halben Woche bist du so weit Dass du Re-Ace zeigen kannst Wer hier den Hammergock hat Du kannst ihm zeigen Wer hier wirklich das Sarg hat Wer das Alphatier ist Weil Re-Ace ist einfach die weiblichste Nutte Die ich mir je vorstellen könnte Und du Tim Du bist der größte Ehrenmann auf dem ganzen Planeten Ich sag dir so wie es ist Du bist einfach der Beste Tim Tim ohne Witz Ich hab noch nie so eine Ehrenmann wie dich gesehen Klar Lucky Re-Ace Ist jetzt nicht so eine Äh Miles Lucky Ich schwörs dir Das sind alles Ehrenmänner Aber Tim Du bist einfach SSL Ich sag's dir Da hat der SSL Club Trainer Er hat gute Leistung Hier Voll was gezeigt Ich schwörs dir Tim Du bist der Beste Du bist der Beste Du hast viel zu viel getrunken Ja Du hast viel zu viel getrunken Du hast viel zu viel getrunken Das regt mich einfach nur auf Und Re-Ace ist so eine Scheißelabe Die das hat Ja aber trotzdem Du bist der Beste Er ist der Beste Er ist der Beste Er ist der Beste Er ist der größte Lappen Den man sich überhaupt vorstellen kann Da wär sogar meine Oma besser Und meine Oma Die lebt nicht mehr Aber dafür kann sie ja nichts Aber Re-Ace ist einfach der größte Lappen Deutschlands Sogar ein Unranked Spieler Der keine Erfahrung hat Der das Spiel zum ersten Mal spielt Oder irgendwas macht Der macht tot Doppelzapp Doppelzappin Und ein 190er Pin Staubisch Juri Ich hab älter 90er Pin Und mache Doppelzapp Und Re-Ace Der hat Spielverlangsvolle genossen Ich schmeiß Reace aus der Party, guck's dir an, mit einem 380er Ping, mit einem 380er Ping, einmal gepincht, rein ist das Ding, ey Reace braucht sich hier nicht mehr blicken zu lassen, nimm einen SSL Trainer und tschüss, servus, ich trinke jetzt ein Bierle, tschüss, mach verrück dich, verrück dich, komm runter, alles ist gut, alles ist gut, es ist nur ein Schwie, 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 das ist nur ein, das ist geil zu bezeichnen, dann nüchtern den Stream anzugucken und zu gucken, wie ich rumschlägt, ich glaub ich mach ein, ich mach ein betrunkener und Marc regt sich auf, ist das Video, Schwie, 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 Schwie. Ich schau euch mal auf,